Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort heute. An diesem Sonntag hören wir im Evangelium davon, wie die Jünger zusammensitzen und Jesus kommt zu ihnen, tritt auf wundersame Weise durch verschlossene Türen zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Dieser Satz ist, glaube ich, wichtiger denn je für unsere Welt, aber auch für uns im Kleinen, Frieden zu halten mit den Menschen um mich herum, Frieden zu schaffen im Großen wie im Kleinen. Dazu lade ich euch heute ein und wie immer den Segen Gottes für euch, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen einen guten und gesegneten Sonntag.